Heute gedenken wir der Bekehrung des Saulus zum Paulus und das ist auch heute noch möglich, obwohl das immer wieder so manchmal beäugt wird. Ja, ja, vom Saulus zum Paulus. Ein gewisser Hananias, der bei allen Juden in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich ihn sehen. Dieser Saulus war verblendet. Dieser Saulus hat sich blenden lassen von Macht. Er war mit Schuld am Tod des genialen Diakons Stephanus, dem wir am zweiten Weihnachtsfeiertag gedacht haben und immer wieder gedenken. Er war Christen hinterher, weil er verblendet war und getrieben war eben von einem ganz anderen Licht. Und nun bekommt er den richtigen Blick. Er bekommt eine neue Sicht. Er wird wieder frei von seiner Blindheit. Er wird frei von aller Verblendung und von diesen grellen Lichtern, in die er hineingeschaut hat, die er aber auch immer wieder auf andere gerichtet hat. Bei mir, bei ihm gibt es sicherlich auch manche Verblendung, manchmal klein im Herzen, manchmal vielleicht auch groß, wehren wir diesen Verblendungen, damit wir in das richtige Licht, in das wahre Licht Jesus Christus hineinsehen können. Damit wir aber auch dieses Licht verbreiten, damit wir mit diesem Licht andere sehend machen und andere auf ihrem Weg eben auch immer wieder gute Lichter schenken und wünschen können. Dazu segne ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.